So, dann recht herzlich willkommen. Die Trainer sind jetzt bereit für die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die Eulen Ludwigshafen. Endstand 35 zu 26 vor 6.304 Zuschauern. Leider haben wir heute kein schriftliches Protokoll vorhanden, deswegen kurze statistische Werte aus dem Spielprotokoll im Internet. Und da haben wir die erfolgreichsten Werfer, Jero Müller, vier Tore, Pascal Bührer mit vier Toren für die Eulen. Und für den SC Magdeburg heute am erfolgreichsten, Michael Damgaard mit acht Treffern, sowie auch Daniel Pettersson mit fünf und Matthias Busche mit sechs Toren. Soweit diese statistischen Werte, wir begrüßen recht herzlich Benjamin Matschke und wir bitten um sein Wort zum Spiel. Ja, hallo, guten zusammen und Glückwunsch an SCM und an Benno für den verdienten Sieg. Ich denke auch in der Höhe. Ja, wir haben gut angefangen. Benno nimmt gleich eine Auszeit nach zwei Minuten und erste Viertelstunde wirklich offen gestalten. Ich denke, wir waren selber überrascht über unseren Auftritt, was mich dann im Nachklang ein Stück weit ärgert, weil wir dann in der Folge fünf, sechs technische Fehler haben, wo SCM das gnadenlos bestraft. Ein technischer Fehler hier in der Halle. Es bedeutet einfach immer ein Tempogegenstoß mit zu 90 Prozent Tor. Und so hatte ich den Eindruck, dass meine Mannschaft nur darauf gewartet hat, bis der SCM loslegt. So, denke ich, kommt der Halbzeitführung auch in der Höhe zustande. Zweite Halbzeit konnten wir es dann, ja, glaube ich, minus eins lange offen gestalten. Und ich bin froh über meine Mannschaft, dass er auch wirklich 55. bis 60. noch wirklich tief gegangen ist, in sein 1-1 gegangen ist. Pascal Bührer mit einem erfrischenden Spiel, sein erstes Spiel auf Rückraummitte, hat mir sehr gut gefallen. Und man muss aber dazu sagen, dass dann der SCM in der einen oder anderen Situation ein bisschen schlampig mit den Torchancen umgegangen ist, dass sie uns hier hätten noch höher nach Hause schicken können. Ich wünsche wirklich Benno und euch maximal alles Gute für die Ziele, die ihr habt. Und ich oute mich da gerne als Fan, dass ich das sehr gerne anschaue und sehr gerne den SCM anschaue, wenn ich Videos schneide, weil das einfach, ja, Benno zeigt es einfach Woche für Woche, dass dieses Klassische, was man immer denkt, man muss 2,05 Meter groß sein und werfen können, er zeigt es mit einem ganz erfrischenden Ball, mit einer wahnsinnigen Passgeschwindigkeit und Passqualität, dass er jede Abwehr dieser Welt ausspielen kann. Ich gebe mein Bestes, dass ich das mit meiner Truppe auch irgendwann hinbekomme und dass wir uns dann wiedersehen. Bleibt gesund und bis dahin. Danke. Danke, Benjamin. Ja, das ist eine gute Vorlage. Bennet. Ja, Ben, vielen lieben Dank. Vielleicht ein bisschen viel Lob für das, was wir heute gemacht haben, aber Dankeschön. Ich freue mich da drüber sehr. Das ist Anerkennung für die Arbeit, die wir machen. Deswegen war mir auch bewusst, Sie können gerne meine Mannschaft fragen. Ich habe die manchmal an Sprache heute so gewählt, um auch so ein bisschen was rauszunehmen, aus dem Kopf rauszunehmen. Wir hätten heute auch mit minus eins, plus eins unentschieden in die Halbzeitpause gehen können und hätten vielleicht kein schlechtes Spiel gemacht, weil Ludwigshafen auch über Qualität verfügt. Das ist einfach so. Ich wollte nicht, dass man denkt, wie es vielleicht der ein oder andere Zuschauer gedacht hat, dass wir hier nach zehn Minuten mit fünf, sechs, sieben, acht Toren führen. Das ist Bundesliga. Das ist respektlos Ludwigshafen gegenüber und passt nicht zu uns. Deswegen einfach auch die schnelle Auszeit. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir nicht das präsentiert haben, was wir uns vorgenommen haben. Und da rede ich nicht von Fehlern. Da geht es darum, agil zu sein, munter zu sein. Wir hatten anderthalb Wochen spielfrei, wirklich Aggressivität zu sein. Diese Spielfreude, die Freude am Wettkampf zu sehen, die hat mir schon nach vier Minuten gefehlt. Da habe ich die Meinung gehabt, gegen einen wirken zu müssen. Uns ist das dann im Laufe des Spiels besser gelungen. Aber ich glaube, dass das subjektive Gefühl nicht täuscht. Den Jungs sei es auch mal vorgestellt, zugestanden. Wir können einfach besser Handball spielen, als wir es heute gemacht haben. Wir waren dann auch sehr fehlerbehaftet in bestimmten Abschlüssen, im Tempospiel. Viele technische Regelfehler, wo wir den Ball besser behandeln können, besser spielen können und dann auch effizienter werden. Trotzdem, für uns zählen zwei Punkte. Und jedes Bundesligaspiel ist schwer. Hätte mir heute wer gesagt, wir gewinnen mit drei. Hätte ich auch gesagt, ja, wenn wir damit subjektiv ein gutes Spiel machen, kann ich damit gut leben. Jetzt haben wir mit neun gewonnen. Nicht so ein Superspiel gemacht vom Gefühl, aber es war auch ein Kampf. Jeder von uns wollte das machen und wir wissen, was wir zu tun haben, welche Hausaufgaben wir zu erfüllen haben, um dann wieder mit anderthalb Wochen Pause in Minden auf dem Punkt fit zu sein. Ich wünsche auch auf diesem Weg nochmal benden uns in der Mannschaft alles, alles Gute. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn ihr drinnen bleibt, weil ich muss das Kompliment einfach zurücknehmen, was da für Arbeit geleistet wird mit den Problemen, mit den Verletzungsproblemen, die sie auch in der ganzen Saison schon hatten, nie aufgesteckt haben. Würde ich mir wünschen, dass Ludwigshafen in der Bundesliga bleibt, weil sie da einfach hingehören. Danke. Danke, Bennet. Fragen von den anwesenden Medienvertretern? Alles gesagt, gucken wir noch auf die Resultate vom heutigen Donnerstag. Kiel schlägt Leipzig dann doch 27,22. Melsungen bezwingt die Füchse Berlin mit 26,22. Hannover-Burgdorf unterliegt Flensburg mit 28,33. Und die vorgezogene Partie der Rhein-Neckar-Löwen gegen HSG Wetzlar, 31,21. So, alles gesagt, am 24. geht es für uns weiter in Minden am 24. März. Also wieder anderthalb Wochen Zeit zur Vorbereitung. Und für euch, sehe ich, geht es einen Tag früher weiter gegen Lemgo am Samstag, dem 23. Danke ich recht herzlich, wünsche euch viel Erfolg, gute Heimreise und wir sehen uns dann wieder in 14 Tagen. Dann zu Gast bei uns in der GTEC-Arena, die SG Flensburg-Handewitz. Bis dahin, danke schön, recht herzlich, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke schön.